Ich stehe nicht im Telefonbuch. Wer ist da? Kurierdienst. Wenn Sie Probleme mit jemandem haben, können Sie nach mir fragen. Jackson Healy. Du bist Privatdetektiv? Sie können sich im Haus vertan. Gib mir deinen Linken an. Nein! Wenn du zum Arzt gehst, sag ihm, du hast eine Spiralfraktur. Nein! Tieflufthold. Nicht! Die Mafia versucht, ihre Geschäfte nach Los Angeles auszuweiten. Irgendwie ist Emilia darin verwickelt. Bitte, finden Sie sie. Beschützen Sie sie. Marge, Jack Healy. Ich will dich noch was fragen. Nein. Wie blöd halten Sie mich? Bei Ihrem letzten Besuch bleibt dieser kleine Baby genau hier. Keine Bewegung. Ein paar Leute, denen ich vertraue, sagen, du kannst das ganz gut. Sie sind der, der meinen Dad verhauen hat. Geohrfeilt hat. Hast du sie hier gesehen? Was hätte ich davon? Er hört damit auf. Womit? Au! Fuck! Damit. Du stehst in der Zeitung? Du bist der schlechteste Detektiv der Welt. Mal! Lauf! 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 Sie ist einfach positiv. Es wurde keiner verletzt. Manche schon. Ich will sagen, sie sind so schnell gestorben, dass sie nie richtig verletzt wurden. Ich fühle hier. Ich fühle ich in dieser Mothaf bible. Ich fühle okay in dieser Mothaf until je mich mehr verletz. Okaybrettet. Tempo.TV